Musik 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 Der nächste Halt Ostbahnhof ist in etwa einer Stunde. Für uns ist das das größte Projekt seit der Inbetriebnahme der S-Bahn 72. Ein wesentlicher Gewinn für die Qualität, die wir auf die Schiene setzen. Für mich ist der Dreh- und Angelpunkt die Erhöhung der Kapazität. Kämpfen um jede Sekunde. Modernisierung der Fahrzeuge ist eine erste wichtige Erleichterung, aber eben nur die erste wichtige Erleichterung. �� Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020